Die Leidenschaft fürs Fliegen hat ihn schon als 9-Jährigen gepackt. Heute ist er einer der weltbesten Gleitschirmpiloten und fliegt auf dem ganzen Globus von Erfolg zu Erfolg. Chregel Maurer, der Adler von Adelboden. Wer ist dieser Extremsportler? Was treibt ihn an auf der Suche nach der ultimativen Herausforderung? Woher kommt seine Fähigkeit, auch Misserfolge und Enttäuschungen in neue Ziele zu wandeln? Und woher kommt sein unbändiger Wille, sich immer weiterzuentwickeln? Die Frage des Trainings, wenn man die Berglandschaft sieht, ist die Antwort klar. Für mich ist es wirklich eine riesige Motivation, hier in den Bergen die Aussicht zu haben. Hier auf diesen Stehen kann ich auch koordinativ weiterkommen. Ich habe noch Abwechslung, ich kann den Körper weiterbringen, in dem sich neue Reizen setzen. Und schlussendlich macht es so das aus, was nachher im Wettkampf gefragt ist. Heute fliegt Chregel nicht nur trainingshalber. Mit dem Fotografen und Freund Robert Büsch arbeitet er an Fotoaufnahmen für Sponsoren und einem Bildband. Das ist gut. Er hat links am Gipfel. Ja, also von da aus eher links, aber ich sehe es zurück. Also eher, also nicht weiter da, aber eher ein bisschen so. Aber es war jetzt bei näher auch nicht. Ja. Das, wo man jetzt da fliegt, wo man da mit dem Schirm gerade das Wasser noch touchiert, das ist ja so schwierig, das zu fliegen. Ich weiss nicht, ob es noch viele andere Leute gibt, die das können. Und ich meine, das ist das A und O bei Gleitschirmaufnahmen mit guten Piloten zusammenarbeiten. Und wenn man mit so einem herausragenden arbeiten kann, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass die Bilder gut werden, viel, viel grösser. Gut, Chregel, von mir aus ist gut. Und der Bildauffall, alles zusammen, wäre perfekt gewesen. Du hast nur das Wasser nicht ganz berührt. Ja. Es wäre besser, wenn du eigentlich zwischen dem vorhergehenden und dem jetzt, also demmal bist du jetzt wie zu nah am Ufer ins Wasser kommt mit dem Schirm. Ich bin ja morgen mit der Erwartung hierher gekommen, dass ich es vielleicht 10 oder 15 oder 20 Mal machen muss. Weil, ich denke, auch mein Bedürfnis ist ja, dass es perfekt wird. Und perfekt ist es nicht unbedingt, wenn man es möglichst gut machen will, sondern wenn man einfach probiert, dann ist es irgendwann mal perfekt. Also es ist so eine Mischung zwischen sich extrem Mühe geben und ein wenig Glück haben. Und ich denke aber, wenn man das Glück ein wenig provozieren will und nehmen eine Chance, dann muss man halt mehrmals gehen. Und jetzt habe ich halt zwölfmal 100 Höhenmeter gemacht und das war aber die Hälfte, glaube ich. Ich finde, dass ich ihn überwarte mal, dass es ein bisschen unterschreibt hat. Die Schweizer Meisterschaft im Streckenflug steht bevor. Wie vor jedem Wettbewerb unterzieht Kriegel seine Ausrüstung einer sorgfältigen Prüfung. Für jede Disziplin gibt es spezielle Schirme mit unterschiedlichen Eigenschaften. Die Grundkonstruktion ist allerdings immer dieselbe. Mein Gleitschirm ist ein ganz spannendes Gerät. Im Gegensatz zu einem Fallschirm habe ich ein Profil drin. Nach dem Start ist der Schirm voll mit Luft aufgeblasen und erzeugt Auftrieb. Das Profil sieht von der Seite ein bisschen gewölbt aus. Die Luft braucht obendurch länger als obendurch. Und somit entsteht ein Unterdruck, der mehr zu zwei Drittel der Ruhe zieht. Und nur E-Drittel ist wie ein Fallschirm, wo man den Fall stoppt. Die Schweizer Meisterschaft 2014 findet in Engelberg statt. Kriegel tritt als Titelverteidiger an. Insgesamt nehmen 140 Piloten aus der ganzen Schweiz und dem Ausland teil. Wie bei allen nationalen Wettbewerben sind auch in Engelberg Piloten aus aller Welt zugelassen. Thank you. Thank you so much. Das ist ein bisschen eine Raterie, aber ich habe gut geschlafen, habe, glaube ich, alles Material dabei. Die Vorbereitung ist gut, und darum schätze ich die Chance auch gut ein. Aber wer denn genau heute in Form ist und die nächsten drei, vier Tage, das sehen wir dann. Die Rennleitung gibt jeden Morgen die zu fliegende Strecke bekannt, die jeweils den aktuellen Wetter- und Windverhältnissen angepasst ist. Der Wind ist noch ein bisschen speziell, und darum ist es noch ein bisschen ruhig. Aber jetzt darf ich starten. Wir haben eine Route programmiert von 42 Kilometern von Engelberg auf Stanz. Von der Regel her ist es so, 11.15 Uhr geht es los in die Luft. Wir können das optimal positionieren und dann eine Startbeue mit einem Radius von 3 Kilometern, die wir am 12.00 Uhr verlassen dürfen. Also wir fliegen da rein und auf Sekunden genau, ähnlich wie bei der Segelregatte, darf man die Startlinie hier verlassen. Das ist dann der Start. Und dann gehen wir auf den Kurs, das sind die Wendepunkte oder Beuen, die wir von der Rennleitung bekommen, die wir dann abfliegen. Mit dem GPS, den ich hier dabei habe, in der Luft, kann ich das auf der einen Seite navigieren. Auf der anderen Seite wird es auch kontrolliert mit dem, also es registriert auch bei der Erbung, und was meine Zeit ist, die ich nachher im Ziel habe. Die Ziellinie ist keine sichtbare Markierung am Boden, sondern wird via GPS-Koordinaten in der Luft definiert. Das Viererkröppchen dort, der grünen, der orange, der orange, weiss ist der Kregel. Und tatsächlich, am ersten Tag der Meisterschaft gelangt Kregel als erster ins Ziel. Jetzt wissen wir schon, wer gewonnen hat. Nein, jetzt müssen wir zuerst raus... Ja, vielleicht hat es mir gelangt, ja. Es dauert noch eine Weile, bis der Tagessieger feststeht. Die GPS-Daten der Teilnehmer müssen erst ausgewertet werden. Der erste Pilot im Ziel erhält die meisten Punkte. Zusammengezählt ergeben sie am Ende der Meisterschaft den Sieger. Der erste Tag hier in Engelberg ist für mich sehr positiv verliefen. Klar, wenn man so einen Durchgang gewinnen kann, sollte man mal einen guten Grund stehen, vielleicht für eine Anlasswertung. Und für mich war natürlich spannend, so das Pokern, wie viel kann ich riskieren, wo steigt sie wie gut und wo kann ich eventuell eine bessere Linie finden als Konkurrenz. Und das ist mir schlussendlich gelungen und ich konnte als erstes im Ziel sein. Nicht alle haben es ins Ziel geschafft. Einer der Piloten wird mit dem Hubschrauber abtransportiert. Ich hoffe, dass nichts passiert ist. Schlimmeres. Es ist ... Ja, jetzt ist die Rettung im Gang. Es ist ein Teil, wo man so etwas davon ausgehen muss, dass das passieren kann. Ähnlich wie wenn ich Skifahren gehe. Einen schönen Tag kommt der Helio mehrmals ins Skigebiet. Und beim Autofahren tagtäglich passieren auch Dinge. Und das muss man ein bisschen einordnen können. Für mich ist es wichtig, dass ich heute Abend weiß, was er hatte, was er gemacht hat. oder ob er einfach Pechen hatte. Und wenn ich das dann weiss, kann ich für mich selber besser entscheiden, mache ich das oder wie mache ich es weiterhin. Am Abend dann die Entfarnung. Die Pilotin hat sich nur den Fuss verstaucht. Ich habe das Gefühl, der Stecker sollte keinen Strom haben. Jetzt muss ich es gleich ausprobieren. Nein, kein Strom. Ah, das ist ein mühsamer Karre. Der hat nur Strom, wenn die Zündung anlässt. Ah. Gleitschirmfliegen ist eine Randsportart. Obwohl Chriegel ein Weltklasseathlet ist, muss er auf Annehmlichkeiten verzichten, die eine Karriere im Spitzensport normalerweise mit sich bringen. Wenn es regnet und man zurück ins Auto kommt, ist es manchmal etwas mühsam, weil bis alles trocken ist. Aber sonst ist das das, was wir leben. Darum ist das super so. Das ist wie ein Teil Ferien, wenn man an die Wegkämpfe im Auto leben kann. Ich habe das Gefühl, ich erlebe so viel, das man gar nicht zahlen kann. Und das ist für mich der Wert, der mich glücklich macht. Ich bin gut geschlagen. Jetzt ist es morgen um 6 Uhr. Bevor es an den hohen Startplatz geht, für die Schweizer Meisterschaft, möchte ich heute den Spannort besuchen. Eine kleine Fingerübung, um wach zu werden. Chriegel nutzt die freie Zeit bis zum zweiten Meisterschaftsflug am Mittag, um sich für das nächste Abenteuer in Form zu halten. Die X-Pyr, ein Rennen quer durch die Pyrenäen, bei dem er nicht nur fliegen, sondern auch laufen und klettern muss. Vom Training schaue ich schon, dass ich nicht extrem viel mache. Also nicht extrem viel Höhemeter und nicht extreme Intensität. Ich gehe einfach in einen Grundlagen-Ausdauerbereich, den ich lange halten kann. Und das ist die optimale für am Mittag, weil es sehr von 9 Uhr ist. Hallo. Guten Morgen. Als besonderes Trainingsprogramm hat sich Regel in diesem Jahr vorgenommen, jede einzelne der 152 Hütten und Biwarks des Schweizer Alpenclubs zu besuchen. 34 davon hat er bereits geschafft. Das Hüttenprojekt ist insofern spannend, weil jeder Hüttenweg anders ist. Und wir haben neues Gelände, wir haben neue Karten. Also wir müssen in jeder Hütte spontan Gedanken machen, wie können wir es dort machen. und mit dem Hüttenweg, der in jeder Hütte anders ist, haben wir eine andere Trainingseinheit oder eine Trainingsbelastung. Und das bringt uns weiter. Musik Die Schweizermeisterschaft 2014, der zweiten Tag. Es ist hier jetzt gestartet worden, auf dem Brunnen in Engelberg. Das Beibsonerkör, das ist mein Variometer. Das kann ich als Hilfe, um die Thermik zu finden. Die Aufwände, die man nicht sieht, tun wir die Instrumente akustisch an. Und so kann ich wie ein Vogel im Wind steigen. Auf der Suche nach Thermik, dem Lebenselixier der Gleitschirmpiloten, fliegt Kregel nahe am Hang. Thermik entsteht, wenn die Erdoberfläche durch Sonneneinstrahlung erwärmt wird. Die Luft steigt als Blasen oder Schlauch hoch, während unten vom Boden her der kalte Luft nachströmt. Die Wettkampfbedingungen sind prächtig. Kriegel ist in seinem Element. Dank günstiger Thermik und taktischem Geschick fliegt Kriegel vorne mit. Nach drei Tagen Meisterschaft zieht er Zwischenbilanz. Es gab eine Konstellation, die man nie gab, nämlich drei Durchgänge und drei Leute. Und alle drei haben gewonnen, und jene waren zwei. Jetzt kommt sich darauf an, wie die Punkteverteilung ist. Wer morgen gewinnt, hat wahrscheinlich der Schweizer Meistertitel gewonnen. Nach dem Wettkampflauf legt Kriegel noch eine kleine Show-Einlage für seine Kollegen und die Zuschauer ein. Angst, dass diese Extratouren sein Wettkampfergebnis beeinflussen, hat Kriegel nicht. Im Gegenteil. Der Trainingsflug simuliert Extremsituationen während des Wettbewerbs, um seinen Schirm besser in den Griff zu bekommen. Das ist wirklich das, was mir liegt, was ich gerne mache. Das Verschiedene. Ich denke, im Wettkampf selber kommt es wirklich auf Minuten an. In diesen Minuten muss man das Richtige machen. Aber es hat nicht unbedingt einen Zusammenhang mit dem, was man am Morgen oder am Abend macht. Darum kann ich eigentlich davon ausgehen, dass es keine Rolle spielt. Ich bin morgen um 10.6 Uhr. Ich habe wirklich gut geschlafen. Ich bin jetzt schon verwacht. Und das wollte ich hier hinter dem Titel, das ist das Strassenbiwack. Wenn du das besuchen darfst, das ist die 35 ist das oder 10 heute. Aber es sind noch 1500 Fömmeter. Es gibt noch recht viel Schnee. Und ich saufe ein bis dahin. Es ist einfach fast keine Chance. Es ist wirklich brutal anstrengend im Bauch ins Kopf. Jetzt bin ich wirklich bis zu der Hüfte. Im Schnee. Auf den Felsen. Ah! Ich muss mir die Steigeinsicht anlegen. Geht das da recht gut. Ah! Jetzt muss ich auch noch die Waffe anziehen. Ah! Das ist doch ausvollziehen. Und nun zurück ins Tal, um den vierten und letzten Wettkampfflug zu bestreiten. Und dann, um den Knappfflug zu bestellen. Und dann, um den Knappfflug zu bestellen. Und dann, um den Knappfflug zu bestellen. Heute war es das erste Mal höllerschön. Die Morgenstimmung vom Wald in die Wiese in den Felsen zu laufen. Von flachem Wanderweg bis Kletterei hatte ich alles. Von ganz gemütlich zu laufen bis extrem anstrengend Schneestapfen. Das war das krassere Biwack. Die Hütte war jetzt. Es war ein guter Morgensport. Die Hütte möchte ich schauen! Soります mit lumpen. Fiktutil der B nun nicht gerade. Lass uns die Entfernung ansetzen. Die Piloten versammeln sich zum letzten Wettkampftag in der Luft. Und dann geht es los. Kriegel fliegt in einer Gruppe vorne mit. Jetzt muss er nur noch taktisch geschickt einen Moment abwarten, um die Gruppe zu überholen. Dann ist ihm der Schweizer Meistertitel auch in diesem Jahr garantiert. Ja, jetzt bin ich hier im Haldegrad. Ganz grosser taktischer Fehler. Den Hang sehr gut eingeschätzt. Konkurrenz ist auf und auf. Ich denke, das mit dem Schweizer Meistertitel war es. Ich setze noch die anderen Steigen über mir. Mir ist bewusst, aufregen bringt nichts. Es ist zwar extrem schwierig, muss ich sagen. Es geht einfach nicht. Ich schicke nicht, warum. Das Problem ist, es hat die Sonne drin. Es ist idealer Hang. Also eigentlich alles perfekt. Aber die Thermik ist sehr schwach. Es hat fast keine. Und das macht mich recht mühsam. Aber ich glaube, wir müssen jetzt hier Mühe geben. Wenn ich hier irgendwo ein Steigen lokalisieren kann, kommt mir vielleicht noch ins Teil. Und so ist es schon ein Steigen. Das war ein Steigen. Das war ein Steigen. Immerhin kam mir das Ziel und habe den Frust während dem Fliegen die Grenze halten können. Es ist nicht so. In einem Jahr geht es um den SM. Das kann ich probieren. Vielleicht muss ich das Sportlächeln weniger riskieren. Das habe ich heute gemacht. Darauf lernen. Aber es ist trotzdem schade, dass es nicht gelangt hat. Wirklich? Was ist passiert? Nichts. Hast du riskiert? Bist du auch so weit abgeflogen? Einfach direkt hinten. Ich dachte, wenn ich gerade halte und oben gehe, dann gehe ich nicht. Dann nimmt alles schön mit. Dann ist das super. Dann ist nichts gegangen. Alles nach vorne, bis vorne. Das ist kein Problem. Im Detail war es so, dass wir recht schnell geflogen sind. Gute Gruppen. Die ganze Konkurrenz, die um das Podest kämpft, zusammen. Ich hatte das Gefühl, dass ich etwas anderes machen muss. Ich muss etwas angreifen, damit sie davor kommen, um das Ganze zu gewinnen. Aber wie oft, bei den taktischen Entschieden oder sportlichem Risiko, habe ich etwas danebengegriffen und bei Brom bleiben hängen und mit 25 Min. Verspätung ins Ziel zu kommen. Also, sportlich ging es gar nicht gut. Aber das ist ein Teil dieses Wettkampf. Ich muss es jetzt versuchen, zu verdauen. Ich hoffe, morgen ist es noch besser. Wenn Chregel die Gruppe nicht verlassen hätte, wäre ihm ein Platz auf dem Podest wohl sicher. Durch sein Manöver ist dieser jetzt in Gefahr. Die Taktik, auf sich zu fliegen, war sicher im Hinterkopf. Aber das, was mich fasziniert, meine Leidenschaft, ist, dass ich in Luft ein sportliches Risiko einschätze, mit der Konkurrenz spielen. Das hat leider überhand genommen. So kam die Taktik etwas zu kurz. Das ist wahrscheinlich jetzt das Problem, dass ich nicht mehr auf dem Podest bin. Also, erster Rang, der neue Schweizer Meister, Stefan Morgenthaler. Applaus Schwelter Rang, Alfredo Stuhlbär. Und drunter Rang, der Hetzberg, Schützenmeister, aber den wach der Schützenmeister der Krieger Muren. Applaus Doch noch ein Ehrenplatz für Chriegel. Das nächste Abenteuer wartet bereits um die Ecke. Die X-Peer, das Hike-and-Fly-Rennen entlang der Pyrenäen. 440 km Luftlinie vom Atlantik bis zum Mittelmeer. 240 km Luftlinie vom Atlantik bis zum Mittelmeer. 20 chatten in Karlsruhe, Thank you so many of them for your birthday andbbe. Theth Chase große Venus dasselung über 82 Jahre sich in der Dimens oder sie bevorent kdzie. so they'd beatektor marger oder nicht. Bis zum arrive,